hallo willkommen hier bei der gartenbahner on tour wir sind heute in augsburg unterwegs im bahnpark und wie es hier ist das seht ihr jetzt und hier gibt es eine riesige lgb anlage und die schauen wir uns jetzt an also genießt die aufnahmen cool oder ja wahnsinn ja 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 doch ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 auf der modellbahnanlage von lgb sind insgesamt 1,45 kilometer gleis verbaut wahnsinn strecke über 260 züge fahren hier auf dieser wunderbaren anlage ihre runden viele altbekannte züge aber auch sehr viele exoten findet man hier alles wunderbar anzuschauen eine riesenanlage ist es hier hier müsst ihr unbedingt auch mal her wahnsinn und wer sich jetzt fragt seit wann gibt es diese anlage seit 2013 wird an dieser anlage gebaut und drüben im richtigen lock schoben da stehen die großen züge die schauen wir uns jetzt auch noch an wenn ihr euch auch diesen bahnpark mal anschauen wollt er hat immer sonntags geöffnet der ziel ist ja europa so 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 Es ist sehr leid, sehr leid, sehr leid. Wahnsinn. Ich muss sagen, ein bisschen das Gegenstück zu 103 auf 6-Achse. Ich bin aus der Praxis und habe mir die Haxenschöpfel gefallen. Ich bin aus der Praxis und habe mir das gekriegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.